Familie und Beruf.online, Plattform zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein Kind zu bekommen hat Einfluss auf das ganze Leben. Das gilt auch für den Einfluss auf Alltag und Beruf. Auch für Sabrina, die ihr erstes Kind erwartet, stellen diese Veränderungen eine große Herausforderung dar. Obwohl Sabrina erst im zweiten Monat schwanger ist, möchte sie natürlich genauer wissen, was auf sie zukommt. Sie hat niemand, den sie dazu fragen kann, und schaut daher auf der Plattform Familie und Beruf.online nach. Sie ist begeistert von den vielen Tipps zu den drei Trimestern der Schwangerschaft sowie den möglichen finanziellen und personellen Hilfsangeboten. Auch wie sie sich ihrem Arbeitgeber gegenüber verhalten soll, ist Sabrina wichtig. In der App findet sie hier zu viele Informationen zu ihren Rechten und Pflichten. Selbst zur Geburt ansich findet sie Wissenswertes. Hier will sie, wenn es soweit ist, auch unbedingt die Checkliste benutzen, die sie sehr nützlich findet. Sie begleitet die Plattform Sabrina durch ihre gesamte Schwangerschaft als hilfreicher Begleiter mit vielen, aktuellen und wichtigen Informationen. Vertraue und glaube,